Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. In der aktuellen Festival-Spielliste, das müsste Serie 18 sein, wenn ich mich da nicht recht irre, können wir, wenn wir 50% der Liste abschließen, den Maserati von 2004 den MC12 Forza Edition gewinnen. Und wie der sich fährt, kleiner Spoiler vorneweg, bevor ihr die Runde seht. Alter, zieht euch einfach rein, es ist mega gut. Viel Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Programmierte die ZDF für funk, 2017 Visualいただk inexperienced ж Thinking An seriaiencia vor Series Beide, die ZDF für funk und in Scorpion Ja, erfahren Sie. Untertitelung. BR 2018 So, ich hoffe ihr seid beeindruckt, genauso wie ich und ich würde sagen, damit das Ding sich noch ein bisschen besser fährt, müssen wir da noch ein bisschen was drin umbauen. Es tut mir einfach leid, wir müssen es einfach machen und deswegen gucken wir mal ganz kurz, was wir noch so machen können. Hier, individuelles Upgrade und dann gucken wir mal hier rein. Motor könnten, ah, der ist schon gewechselt, sehe ich gerade, dann lassen wir es auch mal so. So, wir könnten auf Allrad wechseln. Hm. Das würde natürlich, äh, oh, ein bisschen Gewicht reinhauen, ne? Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Ja, ich weiß einfach nicht. Ach, wir lassen das einfach, wir lassen es, wir lassen das. Ein Twinto. Okay, ich habe gerade eine blöde Idee. Wir bauen das ein. Wir bauen noch ein Twinto. Oh, so. Ähm, es tut mir leid, es muss einfach sein. Ja, die Dinger sind schon angebracht, schätze ich mal. Hm, Moment. Oh, ja. Das, äh, wäre natürlich löblich, wenn man das so machen kann, ne? Spart vier Kilo und, äh, bringt auch ordentlich weiter in der Geschwindigkeit, wie man gerade sehen kann. Deswegen machen wir das mal. So, Rennreifen sind mit Sicherheit schon drauf, ne? Ja. Okay, breiteste Reifen zum Glück auch schon. Ja, die sind größer gemacht. Okay, sind das die Standardfelgen hier eigentlich? Ja. Das finde ich sehr schön. Ähm, dann bauen wir hier nochmal alles ein. Ja, auf jeden Fall. Hup, Moment. Gut, das Einkippen macht es ein Kilo leichter tatsächlich. Aber warum ist das? Lass uns mal ausgebaut und gucken, ob wir was einstellen können. Wir lassen es mal raus. Zur Not rüsten wir es einfach nach. Ja, da haben wir jetzt auch nichts gegen. So, die sind schon eingebaut. Ist ja vorsichtig, da ist schon ein bisschen was voreingebaut. Hundert vier Kilo. Ach, komm, scheiß drauf. Ob es realistisch ist und nicht. Ob du hier bist und nicht. So, ähm. Den Käfig wird tatsächlich ausbauen, weil der bringt sowieso nichts, laut meinem Gefühl nach. Deswegen packen wir den raus. So, das kommt natürlich noch alles rein hier. Ich bin gespannt, wie das Ding gleich abgeht, weil es ist jetzt ja eigentlich, ähm, überhaupt nicht mehr Standardgefühl zumindest. Oh, da gehen wir mal nochmal ordentlich was rein. Jo. Okay. Sehr gut. Dann würde ich jetzt nochmal gucken, was sich hier... Jetzt tut sich hier auf einmal... Interessant. Jetzt passiert auf einmal gar nichts mehr. Dann bauen wir es jetzt nämlich noch ein. Dann sparen wir nämlich noch ein bisschen Gewicht und können mit Sicherheit noch ordentlich was einbauen. Die Querbeschleunigung... Na, müssen wir mal gucken. So. Zack. Gucken wir mal hier. Moment, wir... Ich möchte gerne mal vorher testen, wie sich das jetzt standardmäßig fährt. Ich bin mal gespannt. So, wir haben Allrad. Keine Sorge. Ich bin gespannt, wie das Ding abgeht. Oh, ja. Also, wir haben beim Feintuning gerade gar nichts eingestellt, ja? Wir haben es eigentlich nur aufgerüstet, das Auto. Und ich habe das Gefühl, dass es sich jetzt immer noch mega geil fährt. Nur aus dem Gefühl raus. Und wenn man das jetzt noch verbessern kann, dann kann man da ein richtiges Geschoss draus machen. Boah. Hauptsache, die Federung ist nicht zu weich. Sonst haut es einen auch gerne mal in der falschen Kurve mit der falschen Bodenwelle raus. Dann fährt man nämlich statt die Kurve geradeaus weiter und das ist dann meistens... Ähm. Moment. Meistens nicht so toll, wollte ich sagen. Wir wenden mal kurz. Schade für den BMW. Aber. Ich glaube, ich bin hier so gefahren, ne? Kann das sein? Ja, schlechtes Beispiel. Moment. Ich weiß selber nicht, warum ich das gerade rekonstruieren will, aber macht Spaß. Moment. Wenn man hier mit Vollgas drauf fährt, ne? Dann müsste das doch eigentlich jetzt... Ja. Nur halt schneller. So. Okay. Wir fahren mal weiter. Ich dachte, ich muss gerade echt aufpassen, dass ich nicht zu viel einlenke, weil er sonst links abhaut oder rechts. Alter. Das fährt sich mega geil, um ehrlich zu sein. So. Junge, ich kann hier mit 350 so zack durch die Kurve fahren, ohne dass irgendwas passiert, ja? Alter. Alter, das ist mega gut. Okay. Wir gucken mal in die Federung. Obwohl, Moment. Ich glaube, die Federung haut sogar vollgas durch vorne. Ich würde das tatsächlich mal so lassen. Standard-Einstellung. Ich würde nur hier gerne hier beim Reifen ein bisschen weniger machen. damit man vielleicht nicht so viel rutscht, falls es mal rutschig wird. So. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das hier stellen wir auf jeden Fall noch so. Dämpfung machen wir auf jeden Fall höher. Das hier vorne würde ich auf jeden Fall gerne so machen. So. Damit es daran nicht scheitert. Vorne ist für Kurven komplett. Das finde ich erstmal eigentlich nicht so toll. Das will ich eigentlich doch komplett rumstellen hier. Das finde ich eigentlich nicht so toll. Weißt du was? Komplett zurücksetzen. So. Wir speichern das direkt. Das nennen wir dann Max Clear. Kann man das so machen? Clear für das nichts beim Feintuning verändert wurde. Dann würde ich vielleicht noch hier Maximal Clear. So. Speichern wir das so nämlich. Da kann man sich vielleicht herleiten Das Unabhängig. Rundstrecke. Allrounder. Ja. Allrounder ist so. Machen wir Anfänger noch. So. Teilen wir das mal. Und dann würde ich jetzt nämlich ganz gerne. Also wir haben jetzt gerade so gut wie gar nichts eingestellt. Wir haben das Auto nur aufgerüstet. So viel muss ich sagen. Und dann machen wir diese Folge. Nehme ich mal ein bisschen was Spezielleres. Wir gehen da hin. Und fliegen gerade komplett ab. Finde ich gut. Dann können wir nämlich rechts mal abkürzen. Weil Allrad. So. Moment. Ähm. Dann würde ich diese Folge nämlich mal ganz kurz was anderes probieren. Wir haben nämlich noch genug Zeit. Ja. Aber. Dann hätte ich nämlich Bock mit euch mal ein gewisses Rennen zu fahren. Was manche vielleicht kennen. Manche vielleicht auch nicht. Ja. Jetzt bin ich in einer der letzten Folgen schon mal gefahren. Mit. Wegen einem Ferrari glaube ich. Du musst einfach mal unten in die Playlist gucken. Dann wisst ihr schon Bescheid. So. Veranstaltung beitreten. Solo. Und da müsste es hier hinten bei meinen Favoriten sein. Nämlich. Das hier müsste es sein. Ja. Einfach hier. Ich zeige euch mal den Freigabe-Code. Zeige euch auch nochmal. Mal so. Und dann würde ich sagen. Eine Runde eher. Das passt. Da fahren wir das nämlich direkt mal. Einfach weil wir es können. Ja. So. Los geht es. Da auch nochmal der Name für jeden. Und dann würde ich sagen. Ich bin mal gespannt. Los geht's. Ich bin so wenigstens links wie es schon rumbackt. Ja. Mit der Mauer. Für alle die es gerade nicht gesehen haben. Mal kurz zurückspulen. Junge TT. Wie kannst du mithalten? Ich bin gespannt. Alter. 340 direkt. Na gut. Man könnte vielleicht noch ein bisschen optimieren. Aber ganz ehrlich. Wie sie es jetzt fährt. Ist schon nicht schlecht. Wir können es jetzt selber auch mal ausprobieren. Das Thunding ist ja freigegeben. So. Noch bin ich noch nicht auf dem ersten Platz. Das finde ich ehrlich gesagt noch nicht so toll. Und ich traue mich glaube ich gerade zu viel mit dem Auto. nicht übermütig werden. Sonst kannst du schnell nach hinten losgehen. Bin ich gespannt. Ja. Aber die Geschwindigkeit die ich gerade drauf habe hier ist nicht so schlecht. Ich bin gerade nur vom Gast gegangen. Jetzt bremse ich vielleicht mal. Sonst wäre es glaube ich auch schief gegangen. So. Audi Mann. Was willst du denn jetzt hier? Hau mal ab. Junge. Zieh dich nicht mal vor mich. Akzeptierst du auch, dass ich ein bisschen schneller bin als du? Wie kann die Karre überhaupt zu schnell fahren? Das ist mal die andere Frage. Oh Gott. Nein. Das war ein Fehler. Ich spüre mal schnell zurück. Moment. Wir probieren mal was. Das wird nicht funktionieren wegen der Mauer. Ich bremse glaube ich mal. Ich weiß nicht warum. Aber ich glaube es könnte hilfreich sein. So. Weiter geht's. Nein. Warum? Ich fahre immer zu schnell in die Kurve manchmal. Wie gesagt. Ich traue mich manchmal zu viel. So. Oh. Hilfe. Oh ja. Alter. Mit fast 200 durch die Kurve da vorne. Das ist echt schon. Hart geil. Ne? Um hilf zu sein. So. So. Oh nein. Zu schnell gefahren. Selber schuld. So. Junge. Ich fahre immer zu schnell. Das ist das Problem. Wenn sich das Auto schnell fährt und dann noch gut fährt. Dann ist das nichts für mich. Weil dann werde ich schnell übermütig. Alter fällt sich das geil. Es tut mir leid. Das werde ich jetzt mit sich ja das ganze Rennen noch weiter quatschen. Aber ich weiß selber gar nicht warum. Ja. Die geht nicht mit Vollgas. Ja. Aber fast. Das ist definitiv zu schnell. Ja. Für Ommis auch mit Zurückspulen heute. Junge. Wie kann dieser verfickte Audi mithalten? Junge. Schlaue Forsa-Physik sag ich nur. Ja. Let's get up. Wow. Boah. Da war. Kurz leicht in der Luft. So. Ich auch nicht schneller fahren dürfen hier. Junge. Ich hole fast das Maximum aus dem Auto raus hier auf der Strecke. Weißt du? Wieso ist denn der Driver da gerade hinter mir weggeploppt? Auf der Karte unten links. Ist das D-Kurz weg? Junge. Wieso kommt der an mich ran? Das ist ein fucky Audi TT. Auch wenn es ein Quadro ist. Aber hallo? Wie geht's noch? Junge. Das war jetzt nicht saubere eigene Blödheit. Mehr war es gar nicht. Moment. Das kriegen wir besser hin. Junge. Wie kann der auf einmal an mir vorbeifahren? Als ob der so gut ist. Hau mal ab. Wie kann der so schnell sein? Alter. Geht's noch? Ich fahr grad Vollgas. Gut. Jetzt hängen wir ein bisschen ab. Aber da holt schon wieder einer auf. Guck mal. Der fucking Audi. Was ist mit dem Audi los? Was ist mit dem Kombi los? Das erinnert mich da gerade dran. Das tut mir leid. So. Ich schalte mal einen höher. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr drauf. Oder auch nicht. Bleib mal in dem Gang hier. Ich glaub dann kriegen wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Junge. Der fucking Audi, Alter. Das geht sowieso bergauf. Da kann ich auch am 5. bleiben. Junge. Der holt selbst hier bergauf. Das kleine Stück holt der auf. Weißt du das? Vielleicht hätte ich das Getriebe noch ganz kurz machen sollen. Aber. Oh. Ja. Gute Bremsen. Ja. Mehr sag ich nicht. Oh Gott. War das schlecht. Also mit meinen Fahrerkompetenzen versuche ich hier das Maximum Wasserauto gerade rauszuholen. Das wollte ich eben sagen. Das war schon wieder scheiße gefahren. Ja. Das ist jetzt auch berechtigt, dass er vorbeifährt. Aber dass er so schnell ist, ist nicht berechtigt. Ja. Kann. Ich frag's mich immer wieder. Kann dieses fucking Auto so schnell sein? Junge. Komm, jetzt packen wir dich. Nein. Ich wollte mich gerade schön anlegen. Ah. Voll der Arsch einfach. So. Ähm. Oh. Schlecht. Aber gutes Ergebnis. Ja. Da sind die mitgerechnet. So. So sieht's nämlich aus. Oh. Wieder zu schnell. Was ein Trottel, ey. Oh. Idiot. Nein. 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 Okay. Voll das Bettel hier einfach um den ersten Platz, ey. Alter. Fahr doch nicht zu schnell, Junge. Jetzt regt's mich auch langsam auf, ey. Einfach mal ein bisschen Bremsen vorher. Nicht einmal Vollgas reinlatschen. Dann braucht man sich auch nicht wundern. Dass man die Kurve nicht kriegt. So. Das wird nix. Die Kurve brauche ich nicht mit Vollgas anfahren. So. 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 Moment. Oh. 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 So. Jetzt sehen wir unsere Rundenhauer Karte nicht mehr. Das finde ich erstmal nötig. Ja. Obwohl die eigentlich ne gerade ist. Da müsste der Audi eigentlich schon 10 Kilometer vor mir sein, gefühlt. Ja. Das ist eigentlich auch sehr riskant, mit Vollspeed hier langzufahren. Das. Ja. So geht's auch. Da brauche ich nicht zurückspülen, wenn das so ist. So. Kriegen die Pferde halt mal keinen Stroh. Oder Heu. Ich glaube, da wird Stroh drin gemacht, ne? Ja. Wer ich mich da recht erinnere, war das so. Oder ist es immer noch? Hoffe ich mal. Natürlich in Plastik eingepackt. Ja. Ist logisch. Weil was anderes gibt's ja nicht. Für Leute gibt's nur noch Plastik. Warum? Weil's günstig ist. Mehr nicht. Scheiß auf Klimawandel. Ja. Passiert eben Day of Tomorrow, der Film. Mal angucken. Sehr gut gemacht. Ja. Und für manche hoffe ich, dass es tatsächlich so passiert. Warum? Weil sie es nicht besser können. Ey. Deinen Kontrollpunkt verpasst. Wieso wird er nicht zurückgesetzt? Fühl ich nicht gut. So. Jetzt bin ich gespannt. Oh ja. Hätte ich viel später bremsen können. Aber ich glaub, dadurch, dass der Audi grad verkackt hat im Wald, sind wir die jetzt los. So. Die Kurve ist fies. Wenn man da zu schnell reinfährt, dann fliegt man nämlich komplett da links im Mini-Wald rein. Deswegen nicht zu schnell. So. Aber es ist ein schönes Rennen, ja? Das müsst ihr ja zugeben. Ja. Oh Gott. Jetzt wird's fies. Ja. Dann müssen wir das Auto schnell nach rechts lenken, wenn man dann die Kontrolle wieder hat. Jetzt geht's links am Flughafen vorbei. Hey, 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 hey. Ja. Jetzt kommen die Bahngleise. Die man eigentlich gar nicht gemerkt hat. Und da war ich zu schnell, das geb ich zu. Ja. So. Nein, 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 okay. Ich würde natürlich über irgendwas gerne quatschen, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht über was. Ich quatsch eigentlich mal das rein, was mir grad einfällt. So. Falls ihr so ein Moderationstil braucht, einfach reinquatschen, was ihr gerade einfällt. So. Natürlich nicht alles. Muss schon ein bisschen zum Thema sein, aber so. Moderationstipps. Weiß ihr Bescheid. So. So. Ähm. So. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh, jetzt geht's um eine Stadt rein, glaub ich, ne? Ja, stimmt. Okay. Dann geht's, glaub ich, hinterher über die Autobahn zurück, glaub ich. Gut, das war jetzt... Ich glaub, bremsen von hier aus reicht nicht, oder? Nein. Beim besten Willen, nein. So. Ich würd's übrigens noch toll finden, wenn mit irgendeinem Update man einstellen könnte, wie lange das Zurückspulenintervall sein kann. Was man zum Beispiel einstellen kann, automatisch, also so wie es bis jetzt ist, oder so zwei Sekunden, fünf Sekunden, so nach dem Motto. Dass man dat noch einstellen kann, dat wär auch noch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Und die Driver-Teile, die müsst ihr unbedingt optimieren. Die müssen so unbedingt optimiert werden, schon seit dem dritten Horizon-Teil sind die schon echt nicht so toll. Mal milder ausgedrückt, ja? Deswegen spiel ich übrigens auch auf Experte, ja? Damit die mich nicht abnerven. Vom Driver-Teile spiel ich ganz grad. Was, ein Geschoss, ey. Ohne was einzustellen, ey. Ja, das, ähm, ist geplant. Moment. Ja, das war auch geplant. Entschuldigung. Moment. Jetzt kommt der Mega-Wortwitz. Hier, man sieht's grad unterm Auto. Wir fahren wie auf Schienen, ja? Entschuldigung. Ein Witz, der immer wieder angebracht ist, äh, und keiner lachen muss. Es ist eigentlich so, als ob Sarah Zahn-Witz gemacht hat, ja? Genauso kann man's eigentlich beschreiben. So. Tut mir leid. Das war wieder sch... ...schlecht. Mehr nicht. Guck mal, früh genug gebremst und dann klappt's auch. Es kann eigentlich nur am Fahrer liegen. Ja. Gut. Ein bisschen auch am Auto, weil ich's nicht eingestellt hab vielleicht, aber... ...so wie das ich jetzt ohne Einstellung voll aufgebaut fährt, das ist mega gut. Genau. Da kann man echt nichts dagegen sagen. Oh, jetzt wird's gleich nochmal interessant hier auf der Geraden. Oh, da wurde, glaub ich, ein Stück Straße nachgegangen, kann man sagen. Boah, ja, genau das mein ich. Und das kommt jetzt nämlich nochmal hier vorne, nämlich nochmal extremer. Ja, ich kann jetzt schon mal... Alter, Schmiede. Juhu. Da müsste ich eigentlich schon ein bisschen vorher vom Gast gehen, damit ich da nicht fast zu weit fliege. Wie man grad gesehen hat, bin ich fast ein bisschen auf dem Feld gelandet, das denke ich. So. Boah, schon wieder. Okay. Irgendwann ist auch mal gut. Ich seh nichts. Muss die Straße, hier. So. Ein bisschen über Gelände, so ein bisschen Kurven abschneiden. Über Kurven schneiden ist ja eigentlich nicht so schlecht. Solange man danach wieder schneller aus der Kurve rauskommt, ist das eigentlich sehr gut sogar. Aber, so ne Sache ist, ja, und dann zum Beispiel mal noch, wie grad eben im Busch landet, das finde ich dann wiederum nicht so toll. So. Ruckelt das Spiel grad? Warum? Keiner weiß warum. Microsoft weiß es, aber die wollen es nicht patchen, weil sie zu faul sind, ja. Finde ich auch recht interessant. Jedes Spiel, ja, mal kurz ne Anekdote zum Aufnehmen nebenbei. Normalerweise nehm ich's ja ein Spiel mit OPS auf, ja, kennt mit Sicherheit fast jeder. Und, aber nein. Forza braucht ne extra Wurst. Ach komm, da spür ich jetzt nicht zurück. Forza braucht seine extra Wurst, ja. Wenn man bei OPS dann Forza in die Spieleaufnahme packt und dann stürzt es einfach ab. Keiner weiß warum, ja. Ist bis heute nicht geklärt, das Thema, ja. Keiner weiß, warum jedes andere Spiel geht. Aber Forza braucht wieder seine extra Wurst, nein. Weißte. Und deswegen muss ich das mit Nvidia Shadow Playing, oder wie heißt dieses Aufnahmeding, von Nvidia aufnehmen. Für ne Nvidia Grafikkarte gibt's das zumindest. Ich weiß nicht, ob man das Programm tatsächlich für AMD dann noch installieren kann und man dann diese Aufnahmefunktion benutzen kann. Das weiß ich nicht. Aber das wär tatsächlich mal interessant zu wissen. Für mich nicht, weil ich hab nur eine Nvidia drin, deswegen passt schon. So, und ich glaub jetzt kommen wir auf das Ziel gerade, ne. Yo. Das find ich sehr schön. So. Zack. Jetzt fliegen wir gleich, glaub ich, auch nochmal kurz. Hier unten im Tunnel rein. Jumann. Da darfst du, glaub ich, auch nicht schneller sein. Das fliegst du oben gegen die Decke, glaub ich. Gegen die Kante. Dann geb ich mir gleich die Kante und so auf. Erstmal einen Moment. Erstmal ein Stück trinken. Moment. Damit ihr's auch hört. So. Entschuldigung. Ähm. Ja, ein bisschen Geld, ein bisschen Einfluss haben wir verdient. Nicht so viel. So. Und dann noch 4000 Immobilie Spinn. Boah, übertreib nicht. 100 Stunden Ladebalken. Oder Ladeschnecke, Entschuldigung. Wir wollen ja formell korrekt sein. Ja, ähm. Ich würd sagen, das war mal ne andere Folge. Ja. Kann man sagen. Aber für das Auto tatsächlich. Recht geil. Ähm. Würde ich zumindest sagen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hier wann anders mal auf dem Kanal wieder. Auch wir lassen daumen hoch und da. Dann wären wir nicht recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns demnächst mal wieder. Bis dahin. Macht es gut. Dann machen wir das. Tschüss. 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 Tschüss.